Hallo und recht herzlich willkommen liebe Skyrim Freunde, mein Name ist Sirius und jetzt gibt es ein kurzes Video zum Thema Dueled Content auf Skyrim Nexus. Das bedeutet ganz einfach, viele von euch posten mir immer, deine Links unter den Videos gehen nicht mehr, alter, aktualisier die mal. Und nein, dem ist meistens nicht so. Also es gibt einen Teil von Mods, den könnt ihr eben nur sehen, wenn ihr eingeloggt seid auf Skyrim Nexus und wenn ihr dementsprechend den Dueled, den Erwachsenen Content freigeschaltet habt. Es gibt auch immer wieder die Frage, wie das ausschaut, ob diese Seite skyrimnexusmods.com, ob die irgendwie kostenpflichtig ist. Und ich kann nur nochmal betonen, nein ist sie nicht. Also hier sehen wir im Hintergrund auf Chrome, da bin ich angemeldet, das DIY so Sirius Account und hier im Firefox bin ich jetzt mal nicht angemeldet. Und wenn ihr euch anmelden wollt, ist hier oben dieses Fragezeichen. Not logged in. Das klickt ihr einmal und dann geht ihr hier auf Create an Account. So, wenn ihr das gedrückt habt, dann wird hier nochmal kurz beschrieben in Englisch natürlich, was das Ganze bewirkt, was die ganze Seite soll und so weiter und so fort. Und hier wird auch hier unten beschrieben, was ihr machen sollt. Also als erstes eben Forum registrieren, als zweites eine E-Mail anklicken, die ihr dann zugeschickt bekommt. Und dann könnt ihr euch in die Seite einloggen. Es kann schon mal sein, dass aufgrund von hohen Anfragen, das nicht sofort passiert, ruhig auch mal ein zweites Mal probieren. Die Seite leidet unter DDoS-Angriffen von Feinden. Das heißt, ab und zu ist die mal down. Und da ist jetzt euer Account nicht gefährdet, sondern ganz einfach manchmal wird die halt so von Traffic belastet, dass das nicht sofort funktioniert. So, wenn ihr das alles durchgelesen habt, was ihr eigentlich nicht braucht, könnt ihr hier auf Register gehen. Also einmal auf Registrieren. Und dann kommt immer wieder die Frage hier an diesem Punkt, was muss ich jetzt hier bezahlen? 39 Pfund, 2 Pfund, 6 Pfund, 3 Monate, 6 Monate, Hilfe, Hilfe, Hilfe und so. Und das Letzte ist, was die Leute immer fragen, oh, man muss mindestens einen Pfund bezahlen, was ja wirklich furchtbar schrecklich wäre. Nein, dem ist aber nicht so. Ihr müsst noch nicht mal einen Pfund zahlen, obwohl es eigentlich das Wert sein sollte. Ihr könnt ganz einfach hier gar keinen Haken anklicken, also keinen dieser Haken aussuchen für diese Premium Membership, also damit das Downloaden schneller geht und so weiter und so fort, ihr keine Werbung habt. Ihr könnt einfach sofort hier klicken auf Create Account. Und dann könnt ihr euch einen Username aussuchen, euer Passwort, eure E-Mail-Adresse eingeben, euch ein Passwort aussuchen, hier diesen Security-Check machen mit den beiden Wörtern und dann Create Account. Und dann bekommt ihr eben ein Passwort, dann bekommt ihr eben einen Link zugeschickt, den ihr klicken müsst. Ganz normal, ganz einfaches Szenario. Das sollte im Grunde genommen jeder schaffen. Wenn das dann soweit ist, dann habt ihr hier oben so einen Account wie ich, seid halt eben eingeloggt. Und dann könnt ihr, damit ihr den Dueled-Content seht, also diesen furchtbaren Erwachsenen-Content, wo dann teilweise sehr knappe Rüstungen sind oder was weiß ich, Bikinis oder Hauttexturen, die dann hier als Dueled eingestellt werden, dafür müsst ihr auf Edit Preferences gehen. Spricht das richtig aus? Vermutlich wie immer nicht. So, Edit Your Site Preferences. Und da steht jetzt hier diese Global, was heißt die überhaupt, Preferences? Da ist wirklich der erste Punkt, den ihr oben seht, ist Dueled-Content, also Erwachsenen-Inhalt. You agree you are 18 or over by enabling Dueled-Content. Und dann müsst ihr eben halt hier aussuchen, allow me to see Dueled-Content. Und wenn ihr das ausgesucht habt und das Ganze dann hier gespeichert habt mit Submit, ich hab das ja jetzt schon, dann könnt ihr definitiv alle Sachen sehen, die es zu sehen gibt. Und dann könnt ihr auch alle Links klicken, die es zum Klicken gibt. Da sind dann teilweise so Sachen drunter wie Body-Mods oder sowas, was dann unter Dueled fällt, weil der Charakter eventuell unbekleidet sein könnte. Ich geb jetzt hier mal UNP, ist zum Beispiel der Body-Mod, den ich benutze. Das sind solche Geschichten, wenn man die sonst anklickt, dann werden die nicht von vornherein eingezeigt, weil da ja eben hier, ich verdecke das mal, weil das ja hier eine nackte Brust beinhalten könnte. Das heißt nicht, dass ihr die im Spiel seht, sondern dass die Körperform oder die Hauttexturen und so darunter anders aussehen werden, irgendwie schicker und solche Sachen. Oder eventuell ist auch schon hier sowas Ultra-Skimpy-Armor, also so knappe Rüstung oder so. Das könnte durchaus sein, dass sowas schon als Dueled-Content geprägt ist. Ich will diesen Mod jetzt hier nicht unbedingt empfehlen, wie auch immer. Ist jetzt egal, lebt mal wieder ein bisschen langsamer. Auf jeden Fall kann es durchaus sein, dass normale Rüstung oder solche Geschichten, Follower oder sowas unter Dueled-Content abgelegt wurden, ohne dass es jetzt wirklich Erwachsenenkram ist, sage ich jetzt mal. Und daher ganz wichtig, in den Einstellungen eben Dueled-Content auswählen. Und ich hoffe, das Video konnte euch ein ganz klein bisschen weiterhelfen. Und falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, falls nicht, lasst es eben bleiben. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!